Hi, ich zeige euch heute mal mein Equipment, mit dem ich aufnehme, filme und spreche. Das ist meine Razormaus, die DeathAdder Chroma. Die ist mega cool, denn die kann Millionen von Farben darstellen und liegt noch sehr, sehr gut in der Hand. Schärfer geht's nicht, die Loitec C920 nimmt in Full HD auf und darüber seht ihr mich immer in Videos und Livestreams. Die Razor Kraken Neon Kopfhörer in Orange. Meine Favoriten, wenn es um guten Sound geht. Das Mikro ist nicht so geil darin, aber der Sound bombastisch. Und jetzt kommen wir zu dem, was am wichtigsten ist bei mir, mein Mikrofon. Das ist das Rodo Procaster, ein Großmembran-Mikrofon, über das ich jetzt im Moment auch gerade spreche. Beste Qualität, zu einem akzeptablen Preis und ich finde, es ist einfach nur gut in der Handhabung. Und daran ist es angeschlossen, an meinem Audio-Interface, dem Steinberg UR22, übermittelt den Ton glasklar und in bester Qualität an euch. Und damit ich noch mehr aus dem Sound rausholen kann, geht das Ganze nochmal in ein kleines Mich-Pult hinein, wo nochmal ein paar Einstellungen getroffen worden sind. Auch das ist nochmal möglich. Tja, und auch das gehört zu meinem Equipment, die Fritzbox 7490. Denn die gibt mir mein Internet und ohne Internet gibt es keine Videos. Aber kommen wir mal zu meinem kleinen Baby, kann man so sagen. Die Canon Legrea Mini. Mein kleiner Camcorder für unterwegs, für alle Vlogs, beste Qualität und mega einfache Handhabung. Und das für einen Preis, wo man nicht mehr schlagen kann. Das war eine kleine und kurze Übersicht über mein Equipment. Wenn ihr mehr über die Einzelheiten erfahren wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde darauf antworten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder morgen, 17 Uhr, auf meinem Kanal. Ciao!